Chris, ganz ehrlich, mach uns beide nicht unglücklich. Ich versuch, mich zu konzentrieren und hier alles abzuräumen, was geht. Oh ne, dann kriegen wir doch... Jetzt kriegen wir doch gleich wieder hier. Oh, warte. Aerith! Ich muss eben mal... Waffenmodifikation Aerith. Zack. So. Neue Lesebrille wäre mal was. Warum? Weißt du, meine Brille liegt hier vor mir. Ich könnte sie einfach aufsetzen. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht blind. Als wäre ich alt oder so. Magische Attacke, physische Abwehr. So. Gucken Sie bitte auf Discord. Oh, warte. Ich sehe euch jetzt gerade nicht. Ich schalte eben um. und starte mal den Pizzi. Boah, Chris, ganz ehrlich. Ihr schwandt Böses. So, ich sehe sie wieder nicht. Was ist denn hier passiert? Mir schwandt nichts Gutes. Ne, mir auch nicht. Sowohl als auch, ne? Discord. Ich gehe sofort weiter. Ich sehe euch übrigens immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr jetzt Blödsinn schreibt, dann kriege ich es nicht mit. Erst im Nachhinein. Äh. One eternity later. Ja, ich lese ein Schnieke. Ich lese nur ein Schnieke. So. Du kriegst jetzt erstmal Rollenberechtigung. Jo. Jo, Berechtigung erhalten. Ich schalte mal wieder um. Gut. Ja. Finde ich auch. Da hatte ich mir angeschrieben namens. Lucius. Ja, habe ich gesehen. Da stand Schnieke. Hier müssen wir landen. Und wie? Oh, noch. Warte, bitte ganz kurz antworten. Oh, ich schalte wieder um. Die, 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 die. Jo, bitte. Und, äh. Flup. So. Ich schalte noch einmal um. Oh, was ist das? Das ist gerade der Nachteil. So, ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Okay, Vorschlag. Wir machen eben den Kampf, während du da die Sachen fertig machst. Der Hausmeister im Tanktop. Was? Der Hausmeister im Tanktop. Einen knallengen Shorts. Was ist los mit dir, Bashti? Lach nicht so. Ich würde ihn eher in Hula Rock sehen. Da hat Timon und Pfumba. Warte. Ich mache eben den Kampf. Eben. Und so wie ich diesen Kampf jetzt einschätze, dauert der wieder eine halbe Stunde. Okay. Wow. Okay. Tiefer. Analyse. Eis. Okay. Habe ich nicht. Super. Aerith. Tiefereis. Auf den. Mach sie knallhart kaputt. Ja, sowieso. Batsch. Siehste. Aue. Aerith. Aerith. Oh nein. Ich habe ihr vergessen. Fuck. Ich habe ihr vergessen, die richtigen Materia zu geben. Oh, ich hoffe, ich kann ihr eben noch mal T-Rare geben. Bitte. Ich habe nur vier. Ha. Das war heiß. Ah, okay. Tumpen gelaufen. So, Aerith. Du kriegst jetzt erstmal Zerstörung, Frost, Gewitter. Du kriegst jetzt erstmal ganz wichtig, heilen. Und du kriegst... Warte. Wiederbeleben. Zerstörung. Was ist das? Ermöglicht den Einsatz von Zeit-Magie. P-Boost, Glücksboost, Vision. Puh, tjo. Dann wird das wohl eine zweite Runde geben. Nee, 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 nee. Alles easy. Alles easy. Klotze im Haus. Ach, ich bin gerade nur am grinsen. Okay. Ich schalte wieder um. Ihr seht nichts. Oder besser gesagt, ich sehe nichts. Also, ich habe hier allerdings nichts bekommen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Also, ich sehe hier nichts. Was ist L-Klotzo? Ihr neuer Flex-Computer. Ihr PC. L-Flexo. Ich nenne ihn nur noch L-Flexo. Da ist der Fahrstuhl. L-Klotzo. Mein neuer Spiele-PC. Das ist doch L-Flexo. Ach. Ja. Madame. Der kommt eh erst Ende des Monats. Hat ihn heute bekommen. So, nochmal gesendet. Warte, jetzt sehe ich wieder nicht. Okay. Oh, warte. Warte. Wie mache ich das jetzt am besten? Wo weiß ich doch hier am besten machen kann. Oh, warte. Jetzt brauche ich noch mal eben meine Brille. Sorry, alte Frau und so. So. Äh, bin ich jetzt angemeldet? Ja. Kisses, Shop, News, Spiele. Wie komme ich denn hier auf mein Profil? Geh weg. So, wie ich da Login hinschreibe. Anmelden. Plupp, plupp, plupp. Ich sehe euch übrigens immer noch nicht. Ach komm, echt jetzt? Hä, a connection to the server could not be established? Willst du mich gerade verarschen? Warte mal.